Alter Schwede! Ah ist das schön. Also diese Weisheitssteigerung ist gar nicht so mächtig. Guck mal was da ist. Ein Schütze. Verdammt kein Mana mehr. Hör auf zu fluchen, das bringt Unglück. Wirklich? Ist so. So. Guck mal nur 3 EP. 178 EP durch die Zerstörung. Schwarzfels. Und Braut. Trockenbraut macht Wangenrood, Digga. Da haben wir jetzt hier die komplette Ecke aufgeräumt. Ja, wirklich hübsch. Weinstein. Da ist eine Kiste. Opal. Oh, Opal ist schön. Den gibt es ja auch in der Realität. Opale mag ich gerne. Lecker. Lecker Opal essen. Was? Ja, jetzt ist es eigentlich schon wieder zu spät um Pause zu machen. Aber es kündigt sich eine leichte Pressur an und das ist eigentlich gar nicht schön. Guck mal, das ist ein Weg schreien. Geil. Dann kann ich auch in der Pause noch ein bisschen warten, wenn da ein Weg schreien ist. Hier so eine Schnellreisefunktion und da ist ein... HZ, 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 HZ. Schreien Goblin Stamm. Hm. Interessant. Also dieser Track ist nicht auf dem Soundtrack. Muss ich nochmal genau gucken. Hm. 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 Ah, noch mehr Flüsterholz. Den Namen mag ich. Flüsterholz. Das macht mich besonders stolz, finde ich mal ein Flüsterholz. Was haben wir denn da? Die Geschichte des verdammten Teil 2. Ich glaube, wir müssen mal wieder eine Lesesession machen. Aber nicht jetzt. So. Mal gucken, was hier so ist. Äh. Der hat getrunken. Ähm. Verletzte Goblinbeine. Huch. Äh. Was war das? Ach so. Ähm. Das war eine Druckplatte und die hat die Truhe dahin gezaubert. Geilo. Äh. Jungfernblüte. Und das hat sich mal interessant an. To say the least. Ähm. Oh, die Mucke mag ich gerne. Oh. Das ist mein Lieblingslied von dem Soundtrack. Habe ich das schon mal gesagt? Ja. Mit Sicherheit. Wahrscheinlich in dieser Aufnahme schon zehnmal. Ah. Warum kann ich den nicht? Ah. Äh. Äh. Das war jetzt seltsam. Hä? Ach so. Äh. Irgendwie ist... Warum ist denn jetzt mein Zauber auf einmal nicht mehr... Hä? Moment mal. Äh. Äh. Fertigkeiten. Ist nicht mehr auf dieser Taste. Äh. Hä? Das ist mal seltsam. Ja. Äh. Irgendwie ist hier ein Trank auf einmal gelandet. Und äh. Wo normalerweise meine äh. Rocket Launcher sind. Ich kann nicht. Doch du kannst. Ich kann nicht. Wow. Äh. Ich kann nicht. Aufsache der heilt sich nicht selbst. Ich hänge hier teilweise fest. Na endlich. Also ich glaube die sind noch ein bisschen hoch für mich die Viecher. Äh. Äh. Ich bin gleich drauf geachtet wie viel Levels die hatten. Schön. Nice. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Höher. Steine. Ähm. Och. Boah. Ich häng fest. Ich kann nicht. Ö Terry. dough Spannungen für die. Ein weiterer Gegenstand für die controller die zumohlen werden. na gut weißt du dann kriegt er halt stufenaufstieg das hat gut funktioniert okay die mucke ist so geil ja ich kann es mir wieder sagen fertigkeiten steigerungspunkte aber man hat mal hält mache ich jetzt endlich mal die gewandtheit oder lass mich sehen okay dann würde ich vielleicht doch mal sagen ein punkt gewandtheit ein punkt lebenskraft und ein punkt intelligenz und dennoch auf willenskraft ok 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 komisch diese beschreibungen scheinen sich nicht zu ändern egal wie gut man wird gut jetzt die fertigkeiten ich kann das magische geschoss endlich aufwerten schleudert zwei magische geschossen verwerfen einmal ja so nächste stufe ihr schreibt sein magische ja und wir machen wir machen dann wir machen über doppelt zu viel schaden das wollte ich nämlich wissen annehmen jawohl ich habe irgendein zauber auf mir ja ich habe lehungen deswegen kommt blubberblase aus mir raus ok 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 wir gucken das hier uns später im detail an erstmal jetzt hier den warte mal da ist das weitläufig ausgang wasserfall ausgang zitadellenturm alter das ist ziemlich weitläufig hier was diese druckplatte wohl bringt ja hat mir schaden gemacht okay alles klar also nicht alle druckplatten geben truen frei ok alles klar weil ich das jetzt ja ich mache wirklich gut schaden hier ich mache mal lieber ein schnell speicher stand so also auch da gibt schaden also ich glaube ich habe es dreimal habe ich glaube ich darauf gedrückt ein goblin herz guck mal ach so also die platte löst nur einmal aus ok häuptling hast du meine büte der dürfte ein bisschen der war sein aber auch den stadt nur ganz gut ja ich kann nicht zum dritten mal über die platte gelaufen ja also wir müssen wohl bald mal manatränke kaufen hoho ist das schön läuft gut ja leider der falsche auch der ist wieder den kriegen so also da war wieder eine druckplatte sollte echt vorsichtiger durch die gänge gehen ich bin doch so ein alter dungeon dweller da müsste ich eigentlich das ja wissen was ist das gesund aus wochenkrieger der ist ein bisschen stärker halt mal na ja es meiner wird wirklich knapp das ist eine menge ein bogen knochenkrieger das hat man bisher noch nicht so ich könnte gleich pause machen und ich werde es auch tun ich glaube ich wurde so eben zum ausgang zurück teleportiert kann das sein was ist das eicheltränen okay diesmal habe ich es gesagt so sind wir nicht dass ich hier aus der falls ausgang wasserfall um schrottes willen wo bin ich hier ausgang wasserfall okay es ist das leiche eines minenwächters hoch ja es wäre wirklich zeit jetzt mal ein klein wenig pause zu machen wegen bestimmter eine leiche eines verweste überreste von beinen da liegt ein bein allein allein ich mache mal einen schnellspeicher stand ich hier drauf ja ich bin wahrscheinlich jetzt irgendwie verflucht oder so noch nicht noch nicht noch nicht okay wenn ich mal wüsste wie weit ich letztes mal war also durch den dungeon ich sollte wirklich öfter mal auf die karte gucken ach leichte kampfwurst ausgang wasserfall die frage ist hier sind ganz schön viele leichen krasser friedhof hier gewöhnlicher turmschild ungewöhnlich spirituelle leichte räuberarm schienen also die bezeichnungen sind teilweise wirklich ungewöhnlich fein geallt verarbeitete zimmering des hundes ein weiterer gegenstand für meine sammlung nischt 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 leiche eines bürgers nischt 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 also nicht aus zu denken was ich hier anrichten würde wenn ich noch stärke trainiert hätte ähm so damit wäre das dann auch mal platt Schnellspeicherstand Ui. Siehste ja kann man so sagen und noch ein fett fahren ich schlachte dich der speicherstand oh du bist so süß for real warte mal ja kann man so sagen ich glaube ich hänge fest das ist gut das gerecht das ist ein gut der ist nicht schlecht warum habe ich heute eigentlich mein magier hut nicht auf das kann man auch nicht sagen ich habe mich ein wunderschön ein knochenkrieger schnitzel den einfach so soll ich den vielleicht mal rankommen lassen hallo ich bin es da und ich mache glatt ja ich habe wohl etwas überladen was passiert hier ja im moment das können wir hinkriegen ich habe nämlich weißt du was du bist jetzt mal schinken ein belegtes brot mit schinken ist das ein fett fahren ja aber naja ich kann nicht mehr looten das ist das problem die frage ist wenn ich jetzt hier hinten raus gehe zum wasserfall aber wisst ihr was meine lieben das machen wir das nächste mal in vier tagen ungefähr bin ich wieder da und dann gucken wir mal wie wir hier aus diesem dungeon wieder raus kommen weil ich habe mir hier glaube ich ein bisschen viel vorgenommen also tschau bis dennne